Okay, dann kommt jetzt ein bisschen hier in der Background-Talk zu der Runde. Die wohl relevanteste aller BB-Runden in meiner Laufbahn des Battle-Raps. Man hat ja oft als Rapper so ein Gefühl dafür, wenn man was krasses gemacht hat. Das war hier absolut nicht der Fall. Im Gegenteil. War halt einfach eine Runde. Ich bin da ins Studio gekommen, sonntags mit einem halben Text. Ich war am Tag zuvor feiern, habe mehrere Sachen in mir drin gehabt, die dafür gesorgt haben, dass ich am nächsten Tag auf jeden Fall einen richtigen scheiß Tag hatte. Bin dann ins Studio, weil ich musste. Ich musste, ich glaube, sonntags ins Studio und irgendwie montags, Dienstag war Abgabefrist. Ich musste, ich habe einen halben Text gehabt. Ich musste aufnehmen und das Video drehen am selben Tag. Ich komme ins Studio, habe mich da hingehockt. Der Kollege, der mich aufgenommen hat, war auch schon ein bisschen abgefuckt. So, ja, wie, du kommst hier mit einem halben Text. Video, die haben wir auch noch nicht so richtig. Und irgendwie, weiß nicht, ich bin voll am Arsch und war verkatert und habe mich dann da auf die Couch gesetzt und habe versucht, mit mir nur den Text fertig zu schreiben. Das gemacht in einer Stunde oder zwei. Text stand. Okay, lass aufnehmen. Ich hatte gar keinen Bock. Ich sage euch, durchgezogen. Aufgenommen, recorded, war dann endlich Gott sei Dank vorbei. So, okay, ja, ist ganz nice geworden. Video gedreht. Wir haben nicht einmal jetzt versucht, so objektiv anzuhören und zu sagen, okay, wie sind die Chancen? Weil ich habe Gary damals schon als sehr ernsten Gegner wahrgenommen, weil der war auch ein krasser Publikumsliebling damals, meine ich. Dann haben wir das Video abgedreht. Luca hat es dann geschnitten, die zwei darauffolgenden Tage. Wir haben es abgegeben und Julian meinte, Digga, was habt ihr da gemacht? Was ist das für ein Battle, Digga? Ihr habt alle beide so reingefickt und ich war erst mal ein bisschen perplex. Ich dachte so, Herr, weiß nicht, Digga. Vielleicht lag es auch einfach dran, dass ich an dem Tag halt einfach wirklich nicht fit war. Ich habe es dann hinterher schon gecheckt auch, warum die so gut ankommt, weil die Panstein-Dichte war halt schon auch sehr hoch. Der Beat war nice. Wir haben den ja, den Beat haben wir am Tag dort gepickt. Ich hatte den nicht vorher. Ich habe nur den ersten Part geschrieben gehabt, als ich ins Studio kam. Und dann haben wir vor Ort noch diesen Conny-Beat gepickt, der dort schon seit Jahren auf dem Rechner rum versauert hatte. Und als das Battle dann online kam, war die Resonanz auch entsprechend. Das alte Video von Gary, das wurde mir zugeschickt tatsächlich. Ich habe da nicht viel recherchiert. Ich hatte einfach das Glück, dass irgendjemand das gefunden hat und hat mir das geschickt. Weiß bis heute nicht, wer das war. Und in Kombination mit dieser Runde, mit diesen zwei Beats, der hohen Punchline-Dichte und dem K.O.-Punch in der Mitte war das natürlich ein, ja, ein Mord. Kann man schon so sagen. Allzu sicher sollte seine Anhängerschaft noch nicht über das Finale spekulieren. Er muss nämlich erstmal das Viertelfinale überleben. Der Videodreh ist übrigens alles im Studio. Hier, wo ich jetzt stehe, das ist so eine Fotowand aufgebaut. Wir haben ein bisschen Nebelmaschine mit ein bisschen Licht. Und links, außerhalb vom Bild, ist quasi schon die Dings, die Recording-Boofs gewesen. Also das war so Film-Foto-Studio und Recording-Studio in einem. Und Kennegg, das war so damals deren, die hatten so ein Label-Dings-mäßig was aufgemacht und hatten da so Shirts auch verkauft. Und ich glaube, Manu Elsen hatte da irgendwas auch mit zu tun mit Kennegg. Oder der hat dafür mal Promo gemacht. Keine Ahnung, Digger. In der nächsten Runde wird es sehr viel schwieriger für ihn werden. Zuerst ein Kind, das wie ne Schwuchtel rappt und jetzt einer, der klinkt, als ob er schnupfen hat. Was ich gewinn, ist kaum noch zu verhindern, Digger. Schluckreflex. Ich pumpt den Hundesohn hier voll Blei, Alter. Und Gary ist am Abkratzen, als würde man ihm rubbellose verteilen. Ey, und du willst gegen mich hier... Mixt auf jeden Fall besser als in der Diverse-Runde, würde ich sagen. Noch nicht, noch nicht ganz perfekt, aber ein bisschen besser. Meine Stimme ist halt auch furchtbar schwer zu mixen, ey. Richtig heftig, dickes Dice auf Warn, doch ich mach dir dann Strich durch die Rechnung, wie bei Geteiltaufgaben. Selbst wenn ich beim Zug fahren die Strophe schreibe. Washington. Du kommst nicht aus den Staaten, als wer am Flughafen Piloten streckt. Deine Freundin ist ein Porsche-Swipe mit Borderline. Warum nennst du dich Gary? Du siehst mehr danach aus, als ob du Torbenheit. Die Slut wollte ficken, ich hab keine Lust gehabt. Ich baute mir nen Joint, sie hat die Runde gegen dich gehört und Schluss gemacht. Beim Blasen erleidet sie dank meinem Himmel in Käferkranz. Komm schon Gary, zeig uns mal, wie stylisch du verlieren kannst. Du behauptest, keine Zeit zu haben verzickt Leute, weil die dem Gary auf die Eier gehen wie Filzläuse. Dein Name ist der Shit, Alter, was dachtest du dem Mann? Um ein Haar hättest du dich Gary Aschaffenburg genannt. Mittlerweile hast du dich fast mit krassem Rap etabliert. Noch vor zwei Jahren hast du alltäglich Nackenschellen kassiert. Hier nach läufst du nur gebückt wie ein Suchhund. Dir kommt deine Vergangenheit in die Quere, wie bei Zurück in die Zukunft. Mittlerweile hast du Style und behauptest, du bankst am Block die Hohen. Noch vor zwei Jahren warst du Lil X, die Brillenschlange mit Topffrisur. Das Bild kannst du halt so einfach zeichnen, wenn du halt so ein Video dazugeschickt kriegst und versuchst dann durch das Bild vom Mobbing-Opfer zu zeichnen, was ja auch übelst nachvollziehbar ist. Ich war auch kein Mobbing-Opfer, aber als ich auf dem Gymnasium war, fünfte bis siebte Klasse, ich war auch der Außenseiter. Ich weiß nicht, ich hab halt Hip-Hop gehört, ich hab so breite Hosen getragen und so. Das war vor allem auf dem Gymnasium halt nicht so der Film. Ich war da auch so der Außenseiter. Und dann wirst du halt Rapper und dann rächtst du dich an all denen, die dich ausgelacht haben. Ja, unser Album heißt dann Unser Weg. Kommt dann ungefähr im Mai raus. Ich geh mein Weg. Ist so Standard so, ja. Der gute alte Zwischenfick, ja. Was wir auch sind natürlich. Ja, der Text ist auch wieder ziemlich, wir wollten Medium machen sozusagen, wie beim Steak. Das ist nur Medium zu hart. Ja. Aber nicht ganz so hart, wie wir könnten. Und, ja, tun wir mal. Aber nicht ganz so hart, wie wir könnten. Ich war ein guter Mensch. Ich hab da gesehen, noch diese Handbewegung, wie er auch die Crowd angeheizt hat im Tanzclub 88. Es ist halt höchst unangenehm. Aber ey, es ist einfach nur Pech, ne. Ich könnte nicht sagen, dass es von mir nicht auch solche Aufnahmen geben könnte. Ich hab jetzt nicht im Tanzclub 88 aufgetreten und ich hab auch keine Bushido-Songs gerappt. Aber ich hab halt auch im Jugendhaus Bad Schönborn aufgetreten, ne. Vor zwölfjährigen Kindern mit Eltern dabei so. Also würd's davon Videos geben, wär safe ähnlich peinlich, Digger. Garry läuft bei dir. Scooterchips war auch recycelt. Kennt wahrscheinlich kein Mensch. Ich glaub, den hab ich vor ewigen Zeiten hab ich die mal gerappt. Da hab ich noch ins Headset gerappt. Ich hab das, glaub ich, nie released. Aber da sind viele, viele recycelte Lines drin, weil ich, wie gesagt, da den Text nicht ready hatte. Und hab dann so die besten Lines, die noch keiner kannte, hab ich dann recycelt. Die mochte ich eigentlich am liebsten, die Lines. Weil sie drauf abgeht, als wär's ne Kellertreppe. Ich find, die ist ne sehr gute Um-die-Ecke-Denklein. Mal die Männer rappen, yo, partste dich bang, du fliegst nach nem Schlag aus den Wänden, ich bin ich das Kalle-Man. Du machst einen auf Star für die Fans, ich hab nen Haufen Lines wie ein Strichko-Zeichen. Du musst dein Kipster-Trenn nicht mehr rumlaufen in deinen Fishbowl-Kleidern. Yo, ich zerfick dein Gesicht, so als ob ich Kimbo-Slice wär. Deinen billigen Pisch dreh ich prinzipiell schon ein Intro leiser. Mich hat letztens irgendwer gefragt, ob wir uns da abgesprochen haben, dass Gary da bei mir dieses Dings, dieses Jorg, eigentlich den Fertigrauchen eingesprochen hat. Ihr checkt aber schon, dass ich das war, oder? Nicht jeder hat das gecheckt. Kling mir meine Gegner, ich werd reden töten. Du stellst in meine Augen kein Problem da wie mein Sehvermögen. Du fliegst, nachdem ich dich dreh, durch deine IKEA-Möbel. Dein Style basiert auf ne Entzündung deiner Nebenhöhlen. Zumindest klingt das so. Kling mir mein Pistest. Yo, du siehst aus, als ob deine Mom mit nem T-Rex gefickt wär. Sie wird dauer bekifft, den Arsch gebumscht. Dein Kopf ist so verdammt eckig, man, ich dreh dir mit nem Schraubenschlüssel den Kragen um. Ich schreib auf dem Reisekopf mal Parts für Gegner. Was für Bau, den Spliff hier nacht, mach ich denn nen Teilzeitjob klar als Nasenleger. Komm von Bäumen und ich schreib dir deine Strophe und dann ist das Pferd, denn ich bin viel zu tight wie deine Hosen. Das in den Schnapsgläsern war übrigens Bitterlemon. Das haben wir genommen, weil Bitterlemon dieses Chinin hat, was so leuchtet bei Schwarzlicht. Und ja, das war der krasse Video-Effekt. Gary-Runde! Let's go! Rein da! Den-den-den-den-den-den-den-den-den-den! Hey ihr Digger, du fällst hier mit Zuversicht in Leichenstarre. Tust mir nicht mal leid, nein, wenn du hast dich voll gelassen. Sag mir doch mal, Lady, Mann was händert, dass du töricht bleibst. Ich fand's gut, dass er das Hurensohn nicht ausgesprochen hat. Das war zu offensichtlich mit dem Du-den-schon-Reim. Aber dadurch, dass es weggelassen hat, wirkt es schon wieder, ist es okay. Die Existenz löst sich in Luft auf, so wie Tommy in. Digga, komm, hab deine verdammte Presse, der Chef ist am Start. Du hemmensammelst Geld für dein Handyvertrag, doch jetzt geht's back up und die Bremse versagt. Verrat mir doch mal wie ein Heroin-Junkie trotz harten Depressionen-Track-Rappen kann. Meine Runde könnte man mit einer Nadel-Extrax und Gleichsätzen pangen. A.T. ist der Typ, der jetzt im Leichenschauhaus ausgestellt wird. A.T. ist der Typ, der jetzt vom Eichenbaum aus aufgehängt wird. A.T. ist der Typ, dem jedes Label leider absagt. A.T. ist ein Bastard. A.T. ist ein Bastard. A.T. Nasentumore, also bitte. Herr Washington. er treibt diesen style auch krass auf die spitze aber ist geil ich feier es die freundschaft übrigens ganz starke line ganz ganz starke line zwei runden gegen die vers erst immer noch drin weil diverse ist ja wegen irgendwem anders denn der irgendwie nicht weiter gekommen ist oder aufgegeben hat keine ahnung ist diverse auf jeden fall wieder reingekommen man kann sich nicht ausdenken halt perfekte vorlage für für gary daraus eine punchline zu machen sagenhaft auf der 80s bitch den beckenknochen deine mucke wär doch höchstens in den 80s denn wie tennissocken es grenzt an ein wunder dass ich überhaupt eine runde hier bringe doch ist schon okay dass ich 80 jetzt ficke denn tausende leiden ja unter der stimme front meine sehstecke doch wenn ich will dann mach ich eine facebook page für meine brille die nach einer woche mehr likes hat als du dessen lieder nur gay club befürworter singen 80 ist der typ der jetzt im leichen schauhaus ausgestellt wird 80 ist der typ der jetzt vom eichenbaum aus aufgehängt wird 80 ist der typ dem jedes label leider absagt dat der 80 ist ein buster dat der 80 ist ein buster und wird getrickt von den sagen im wurm als status symbol ausgezeichneten waffer denn 80 ist der mit den nasentumoren durch armutsregionen erreißende penner gegen mich gewinnen alter geht doch nicht wie lesken ficken aster la facken bist du ey die der nechse bitte nechse bitte läuft bei dir nur weil du den führerschein nicht hast wegen heroin bist du mit nem hühnerbein im knast das ist glühend heißer stuff wie deine stiefmutter sabine ja die übelkeit verdankst du der geschiedenen familie wie fühlt es sich an wann die mami aufkommt was missratenen sohnes die erde fülle das war ja damals auch noch so ein ding dass man einfach alles recherchiert hat damals konnte man ja auf facebook die komplette familie stalken du hast die namen von von mutter vater schwester alles rausgefunden wenn du wolltest und es war nicht so schwer rauszufinden und daraus wurden dann immer so geschichten gebastelt im jbb das war auch so das war fast normal so da sagen leute auch richtig geiler punch und so aber da muss ich widersprechen weil wenn du halt den namen hast dann kennst du halt jeden wortwitz mit deinem namen den kennst du natürlich schon seit der grundschule deshalb hat der mich jetzt nicht so beeindruckt aber ja offensichtlicher schon offensichtlicher punch nicht mal ein stubenreiner such und wird dann durch mein klunker könntest du dir deine zukunft sichern du tust zwar auf hart doch bis eigentlich leichtsinnig hinter der szene herzrecht eine runde im voraus gehabt hätte ist ein fervor nicht mal gegeben ich bin wie der teuflische kopfwicker freddie ne nacht die ist im battle gerät so in panik sie ist in deinen träumen in washington gary 80 ist der typ der jetzt im leichenschauhaus ausgestellt wird 80 ist der typ der jetzt vom eichenbaum aus aufgehängt wird 80 ist der typ dem jedes label leider absagt dachte 80 ist ein buster dachte 80 ist ein buster und mit gefeckt von den sagen und wo um als status im wohl ausgezeichneten rapper denn 80 ist der mit den nasentumoren durch armutsregionen erreißende penner das habe ich übrigens nie gecheckt was das am ende da ist was da ist das raus mit dem und wer hat das gesagt und warum und es ist ganz komisch ja schönes video auch der adam der hat das hat einfach perfekt harmoniert damals die gary runden und die die videos von dem adam dazu der hat das der hat den style von gary richtig schön untermalt stelle man stelle sich mal vor wir hätten in der runde rückrunden gemacht digga das wäre geil gewesen nicht die worst digga mit seinem drecksrotz beat stell dir mal gary auf meinen beats vor beziehungsweise auf dem conny beat dem zweiten und ich auf dem hätte ich auch gefühlt digga also wäre schon wäre schon eine nice sache gewesen also